Der dritte Teil von drei Teilen der schönen Stadt Kochem an der Mosel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Schiffsanlegestellen für Rundreisen und für Flussfahrten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ein Frachtschiff umgebaut als Passagierschiff aus Holland Wie man sieht eine tolle Arbeit Aber so ein Schiff kann man natürlich mit einer Gruppe buchen. Man könnte auch sagen, Abenteuer pur. So, he's like worried he's going to spill right now. So, if it ends.